Schönen guten Tag, Berlin. Mein Name ist Alex Quint, ich komme aus Dresden, ich bin Finanzdienstleister und normalerweise halte ich Vorträge im Prinzip über dieses verzinste Schuldgeldsystem, warum das nicht funktioniert, wie die Ausbeutung funktioniert, wie genau die Umverteilung funktioniert, warum das zu Ressourcenverbrauch und zu Krieg und so weiter führt. Und ich dachte eigentlich, dass ich heute hier nur Gast bin, aber ich wollte jetzt unbedingt nach diesem Detailberichten von dem Herrn Höft. Hallo, doch ein paar Worte sagen. Ich freue mich erstmal, dass ich viele Freunde hier kenne, beziehungsweise noch mehr kennen mich. Wenn das Mikrofon stört, dann hier einfach das andere holen. Okay, wir schauen mal. Wichtig war mir jetzt noch eins, und dieser Zusammenhang zwischen diesen kriegerischen Voraussetzungen und dieses Geldsystems mal versuchen, jetzt ganz kurz darzustellen. So, mit dem neuen Mikrofon ist auch nicht viel besser. Genaues bei Eingeschenkt TV über zwei Stunden und 20 Minuten im Internet zu sehen, ganz im Detail. Okay, okay. Ich muss hier stehen bleiben, sagt er. Gut. Okay. Okay. Antenne. Okay. Passt auf. Diese ganze Kriegstreiberei, die wir hier erleben, die hat natürlich ursprünglich sehr wohl mit diesem Finanzsystem zu tun. Es ist so, dass zum Beispiel die USA 1971 zum Ende des sogenannten Bretton Woods Abkommen den Dollar nicht mehr in Gold gedeckt haben. Das war letztlich Betrug und genau als nächstes wurde der Dollar im Prinzip gedeckt, das nennt sich dann Petrodollar, mit fremden Rohstoffen. Also auf gut Deutsch wurden die OPEC, die Erdöl-Exponenten-Länder, durch die USA militärisch geschützt. Und als Gegenleistung haben die im Prinzip das Öl, das ja wirklich jeder braucht, nur gegen Dollar verkauft. Komischerweise ist es so, dass all diese Krisenherde, die wir sehen, oftmals nur mit zwei Dingen zu tun haben. Erstens Staaten, die ihr Öl, ihr Gas, ihre Rohstoffe nicht gegen Dollar verkaufen wollen, weil genau an der Stelle wird der Dollar überflüssig und das hat natürlich das Imperium satt. Das darf nicht sein. Zum Beispiel Gaddafi wollte sein Öl gern gegen Gold verkaufen und dann war er plötzlich weg. Gefährlich wird es in der Stelle, an der beispielsweise Russland gemeinsam mit China in St. Petersburg eine Rohstoffbörse aufgemacht hat und dort kann man jetzt Erdöl und Gas gegen Rubel und Yuan handeln. Letztlich ist auch das ein Grund, warum jetzt diese Kriegshetze gegen Russland stattfindet und das hängt letztlich auch am Geldsystem. Das ist wichtig, diesen Zusammenhang zu bringen, weil dieser Zusammenhang passt unwahrscheinlich gut mit der Vorrede von Christian Hörsten, den ich im Übrigen sehr verehre, zusammen. Er beschreibt die ganzen Symptome. Das hier ist aber der Grund. Lange Rede, kurzer Sinn. Zusätzlich sind leider sehr viele arabische Staaten muslimischen Glaubens dort zu finden, wo auch dieses schwarze Gold, dieses Erdöl zu finden ist. Und aus Versehen, diese muslimischen, halten sich weitgehend noch an das Alte Testament und in dem Alten Testament ist das Zinsverbot ausgesprochen. Dieses Alte Testament, für diejenigen, die es nicht wissen, ist im Übrigen eine gemeinsame Schrift der Moslems, der Christen und der Juden. Und auch dieses Zinssystem ist expansiv. Ich brauche immer neue Schuldner, immer neue Schuldner, immer neue Schuldner, weil das Geld kommt auf die Welt, indem es ausgeliehen wird gegen Zins. Wenn ich also 100 ausleihe und will 101 zurück, dann ist dieser eine fehlt. Dieser eine fehlt. Der ist nicht da. Und dagegen muss jeder, der beispielsweise einen Kredit aufnimmt, nicht nur seine Arbeitskraft verpfänden. Das heißt heutzutage im Bankerdeutsch Lohn und Gehalt. Nein, er muss ja auch noch ein Pfand hinterlegen. Beispielsweise sein Auto, sein Grundstück und so weiter. Weil aber dieser eine nicht da ist, diesen 101, 100 kann man zurückgeben möglicherweise, aber der Zins nicht, weil der ist gar nicht geschaffen worden, wird auf jeden Fall gepfändet oder Lohn und Gehalt. Lohn und Gehalt ist eine Frage der Versklavung und die Verpfändung ist ein Akt der Enteignung. Und wenn ihr euch das einfach mal vorstellt auf einem Erdball, dann wisst ihr, warum immer mehr Länder quasi vor die Karre gespannt werden müssen, weil immer neue Pfänder her müssen, immer mehr Lohn und Gehalt, immer mehr Schuldner letztlich. Und das ist im Prinzip der Kern dieser ganzen Geschichte, insbesondere in arabischen Staaten. Und mir war es einfach wichtig, diesen Zusammenhang hier nochmal zu bringen. Ich wünsche euch noch eine tolle Veranstaltung. Ich danke allen Vorrednern und die noch nach mir kommen. Dankeschön. Wir haben mit eigenen Mitteln finanziert sozusagen und ziemlich verausgabt auch. Und ich wollte hier die Spendenbox vorstellen. Wer kann, kann gerne uns eine kleine Spende zukommen lassen. Ab 5 Euro geben wir auch gerne einen unserer super bunten Friedensfusion Anhänger dazu. Und ja, ich werde gleich mal eine Runde gehen. Wer was spenden kann, der kommt am besten auf mich zu und gibt ein bisschen was dazu. Und nochmal ein riesen Dankeschön, dass ihr heute alle hier seid. Der Grund, warum wir uns hier versammeln. Wir sind alles Menschen auf diesem Planeten Erde. Es ist ein blauer Planet, der sich um den Feuer baltet. Und es ist durch unsere Entwicklung, technische Entwicklung und überhaupt, ist es unausweichlich, dass wir auf eine Globalisierung zusteuern. Und jetzt gerade entscheidet sich, ob diese Globalisierung im Sinne der Menschheit verläuft oder im Sinne der Hochfinanz und im Sinne von den Kräften, die schon immer die Fäden gezogen haben hier. Und die wollen jetzt halt ihre Vormachstellung richtig ausarbeiten. Und wenn wir uns nicht zusammentun und denen zeigen, dass wir eigene Ideen haben für unsere Zukunft, dann stellen die uns die Ideen. Genauso wie wenn wir einkaufen gehen oder sonst was. Wir kriegen überall gesagt, was wir zu kaufen haben. Die, ja, man denkt immer, man hat die freie Entscheidung und so, aber im Wesentlichen ist alles so stark manipuliert durch Werbung, Medien und, 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 die in den Händen der Hochfinanz sind. Und quasi man sagt uns, was wir kaufen sollen. Und die wollen uns jetzt sagen, wie die Zukunft werden soll. Und dafür wird halt auch dieser ganze Terror und ganzen Kriege installiert. Und wenn wir uns nicht zusammenraffen und denen zeigen, dass wir das nicht wollen, dann, ja, wird das vielleicht bald ein bisschen negativ ausgehen für viele Männer. So, wollt ihr noch ein bisschen Musik? Bis hier der nächste Gast fertig ist mit dem Aufbau.